Aber wie gesagt, da irgendwie ein Schrank saß. Hallo und herzlich willkommen zur großen Siegerierung von DBGA. Habt ihr Bock? Es ist jetzt 15.37 Uhr, wir haben ein bisschen lecker gebraucht, weil es dann doch noch gut ist, weil es dann 30 Uhr zur Kühle gestellt werden musste. Wer von euch hatte das Spiel feiert? Ende. Da bin ich aber froh, dass alle das feiert haben, das macht mich sehr, sehr glücklich. Wer von euch braucht denn ganz dringend eine neue Maskenkarte? Nee, der braucht ein neues Mauskirchen. Der braucht neue T-Shirts. Es ist jedes Jahr das Gleiche.